mach dich bereit aber hier waren auch noch zombies ja wollen wir ja nicht stehen lassen haben uns die ganze zeit geärgert ich bin schon um die kiste macht immer platt check the flow okay das haben wir schon sehr gut nichts ein bisschen heilung ich muss sagen dieses repetiergewehr ist ganz geil weil das halt auch finde ich ziemlich schnell schießt deswegen konnte ich ja den ein vorhin auch gleich platt machen das stimmt sorry habe ich dich getroffen nein okay aber hinter den zombie alter ja die leisen sind die schlimm gefährlichsten munition ich glaube auch wer teufel gehör alter wüssten jetzt verrecke endlich ich glaube wenn die zombies haben die so eine art wo jetzt munition doch so eine künstliche intelligenz eingebaut dass immer wenn du nachles fangen die an loszulaufen schon sein das gefühl alter ich habe aber eben da auch ganz schlecht getroffen manchmal ist das echt nicht einfach so müssen wir eigentlich da lang oh hier ist ein gegner sehen hier waren ja ist ja weg deswegen habe ich auch dynamit geworfen der sack jetzt ist er hinten gewesen da ist er lang gelaufen jetzt ist er hier oh ich wurde erschossen scheiße von wo nicht von hinten okay oh ist nicht gut nö pest und cholera ne ich glaube von rechts nein du bist doch irgendwo hier oben oder ja da super oh nein ich habe voll verfehlt alter ja der hat den fächer schon gehabt alter aber stufe 32 ne also der hat schon alles gehabt was wir lange nicht hatten kopfschuss ja